Und damit ein herzliches Willkommen meine Lieben zu einem Tag-Video. Ja, es gab es ja schon lange nicht mehr auf meinem Kanal. Und ja, ich danke an dieser Stelle Jolina, die mich getaggt hat. Und werde natürlich dieses Video auch machen, ganz klar. Es ist ein bisschen anders, ich muss hier keine Fragen beantworten, sondern ich muss 50 Fakten von mir, ja, preisgeben, kann man eigentlich sagen. Und das werde ich hiermit tun. Und damit das Video nicht zu lang wird, fangen wir auch gleich einmal an. Ich schlafe nur mit Socken im Bett. Ich habe immer eine Flasche Cola Light am meinem Bett stehen. Ich liebe Musicals. Ich bin 1,69 groß oder auch klein, wie ihr es sehen möchtet. Ich habe blaue Augen. Ich esse am liebsten Milchreis, egal ob kalt oder warm. Ich singe gerne, aber das sehr, sehr schlecht. Ich kann meinem Freund gut auf den Keks gehen. Ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch. Ich bin ein Sturkopf. Mein Sternzeichen ist Steinbock. Ich bin ein Nachtmensch, wenn man mich lässt. Ich gehe sehr gerne ins Kino. Ich schaue am liebsten Fantasy-Filme, wie zum Beispiel der Hobbit oder Avatar. Ich kann dir in den ersten 15 Sekunden sagen, um welche Folge es sich in der Serie Star Trek Voyager handelt. Ich habe damals die Serie King of Queens verschlungen. Ich würde sehr gerne mal nach Japan reisen. Ich liebe Anime und Mangas. Mein erster Manga war Ranma 1,5. Meine Lieblingsjahresheiten sind der Herbst und der Winter. Wo ich klein war, wollte ich immer Meeresbiologin werden. Das Meer und alles, was da drin lebt, fasziniert mich immer noch heute. Tiere sind mir manchmal wichtiger als Menschen. Ich liebe Ordnung, aber ich bin auch zu faul, es einfach beizubehalten. Aber wenn ich dann mal putze, dann jeden Winkel und jede Ecke. Ich habe keinen Wecker, das übernimmt mein Handy. Ich trinke nur Cola Light und selten etwas anderes. Am Wochenende trinke ich aber auch mal sehr gerne was über den Durst. Ich bin eine leidenschaftliche WoW-Spielerin. Mein Englisch ist nicht das Beste. Mir stehen lange Haare am besten. Wenn ich alleine zu Hause bin, muss immer der Fernseher oder das Radio laufen. Ich brauche viel Zeit für mich alleine. Mein Lieblingsschauspieler ist James McAroy. Ich musste einmal im Kino weinen. Ich nenne meinen Freund Pupsi oder Hasibärchen. Ich war einmal eine Zeit lang mit einer Frau zusammen. Ich verspreche mich sehr schnell, da ich schneller rede als denke. Ich kann stundenlang in einer Drogerie sein. Ich lasse nur BB oder Panthena meinen Körper. Ich schminke mich sehr gerne, aber das nicht sehr stark. Ich tagträume gerne und das auch sehr, sehr oft leider. Ich plane meinen ganzen Tag vorm Aufstehen schon, aber halte mich aber nicht immer dran. Ich muss sehr langsam aufstehen, da ich sonst umkippe. Ich vertrage keine Milch und nein, es ist nicht die Laktoseintoleranz. Ich habe oftmals zu viele Ideen, dass ich die meisten davon schon wieder vergesse. Ich habe schon oft Situationen geträumt, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Und das mache ich noch heute. Bei Horrorfilmen muss ich immer jemanden bei mir haben. Ich bin Nasenspray süchtig. Und ich habe am 2. Januar Geburtstag. So, und das waren auch schon meine 50 Fakten zu mir. So, nun darf ich noch ein paar Leute taggen. Und das mache ich auch. Ich möchte insgesamt 4 Leute taggen. 2 Mädels und 2 Jungs, damit das fair bleibt. Und zwar möchte ich hier einmal bei den Mädels die Yoshina und die X-Rex taggen. Und bei den Jungs den Blackwitch und den Lixi, weil er gerade wieder angefangen hat mit Let's Playen. Ja, ich freue mich sehr auf eure Videos, ihr 4. Und ansonsten, wir hören uns dann wieder zum nächsten Video, was auch immer. Bis bald, Tschüssi!